Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Erfahrungen der Silvester nach den Köln machen uns tief betroffen. Wir fühlen mit den vielen Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Und ich möchte mich ganz persönlich und auch im Namen der Grünen Fraktion bei diesen vielen Frauen entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid, dass es nicht gelungen ist, diese Frauen an diesem Abend in Köln ausreichend zu schützen. Ich finde es wirklich beschämend, dass dies auf einem zentralen Platz einer sehr schönen und unserer größten Stadt des Landes passieren konnte. Und ich weiß, dass viele Menschen in diesem Land sich nach diesen Geschehnissen in Köln ganz persönliche Gedanken gemacht haben. Und ich will Ihnen sagen, auch ich habe dies getan. Ich habe mir überlegt, was wäre gewesen, wenn meine 20-jährige Tochter dort in Köln gewesen wäre, wenn sie begrabscht, bestohlen oder Opfer anderer Taten geworden wäre. Mir ist schon sehr klar, über welche Dimensionen wir reden, wenn wir über die Taten in Köln reden. Und genauso und deswegen und nicht erst seit Köln kämpft unsere Fraktion gegen sexualisierte Gewalt und macht dies zum Thema. Wir haben dies auch zum Thema gemacht im Rahmen von sexualisierten und sexistischen Texten von Popmusik oder anderen Dingen, die Sie noch in kleinen Anfragen als lächerlich abgetan haben. Wir verteidigen die Freiheits- und Bürgerinnenrechte in diesem Land. Und dazu gehört auch, dass diese Rechte nicht mit einem Federstrich durch populistische Debatten rechtskonservativer Politiker vom Tisch gewischt werden dürfen. Und deswegen müssen wir sehr genau darauf achten, welche Lehren wir jetzt sehen und wie wir die berechtigten Bedürfnisse nach Sicherheit, aber eben auch nach Freiheit ausbalancieren können. Eine erste und ganz herausragende Arbeit ist es, verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und deswegen müssen wir die Geschehnisse in Köln aufarbeiten. Wir werden sehr genau prüfen müssen, warum nicht zusätzliche Polizeikräfte in jener Nacht abgerufen worden sind, obwohl sie zur Verfügung gestanden haben. Und wir müssen sehr genau klären, welche Kommunikationsstränge zu verbessern sind. Und ich sage an dieser Stelle auch ganz deutlich, weil das eben auch, wie ich finde, in einem etwas abenteuerlichen Vortrag geschehen ist. Wir haben als Grüne die Aufstockung des Personals der Polizei in den letzten Jahren nachdrücklich unterstützt. Damit das nicht verloren geht, wir haben 8.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei bereitgestellt. Und das sind, Herr Kollege Linder, exakt doppelt so viele Einstellungsermächtigungen wie in Ihrer Regierungszeit. Und mit 1.920 Polizeiehrenwärterinnen in diesem Jahr so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr in Nordrhein-Westfalen. Und dies entspringt auch einer ganz einfachen Überlegung. Wenn mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen leben, dann brauchen wir einen handlungsfähigen Staat, der auch diese Anforderungen bewältigen kann. Nur ein handlungsfähiger und starker Staat kann die Schwachen in dieser Gesellschaft wirksam beschützen. Auf der Basis der erheblichen Zuwanderung im letzten Jahr, und wir gehen davon aus, dass auch in diesem Jahr wieder Flüchtlinge zu uns kommen werden, haben wir unter anderem 5.766 zusätzliche Stellen in der Schule geschaffen. Wir haben die Betreuungsplätze in der Kita ausgeweitet. Und wir haben auch die Justiz gestärkt. Und, und da beißt die Maus keinen Faden ab, wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass die Registrierungsverfahren durch zusätzliches Personal gestärkt werden und eben auch die Polizei. Rot-Grün hat keinen Anlass gebraucht, um zusätzliche Polizeistellen zur Verfügung zu stellen. Und ich sage Ihnen, Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, wir unterstützen ausdrücklich auch das Ansinnen der Landesregierung, weitere Polizeikräfte, und ich sage ganz ausdrücklich, auf die Straße zu bringen, um sie sichtbar zu machen, um für die Strafverfolgung, Prävention einsetzen zu können. Und ich sage noch etwas, wir haben dies Ganze mit einem sehr klaren Realismus gemacht. Wir waren nicht davon ausgegangen, dass die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, alle nur das Beste wollen und dass niemand von ihnen straffällig wird. Auch deswegen gehen wir davon aus, dass die Polizei entsprechend mit Stellen ausgerüstet sein muss, im Übrigen auch die Justiz, um beispielsweise abgelehnte Asylbewerberinnen in den Ablehnungsverfahren, die dann anstehen, schnell zu einem Verfahren bringen zu können. Und wir waren da ganz illusionsfrei. Wir wollten nichts vertuschen und wir haben auch nichts beschönigt. Wir wollen auch nichts verbergen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist ein Punkt aus dem Punkt der Ministerpräsidentin wichtig, hier anzusprechen. Den Frauen, die dort in Köln zu Schaden gekommen sind, ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass es jetzt zu einer schnellen Strafverfolgung kommt und insbesondere auch zu einer effektiven Bestrafung. Das heißt, dass zum Beispiel diese Modelle, wie wir sie in Düsseldorf anwenden, dass Staatsanwaltschaften schnell handeln und die Justiz dann eben auch schnell verurteilt, deutlich machen, dass der Rechtsstaat sich Licht auf der Nase herumtanzen lassen darf und dass Straftäter schnell bestraft werden sollen und wenn das Ausländerrecht es hergibt, eben auch schnell abgeschoben werden können. Die Menschen sollen sich sicher fühlen können, auf öffentlichen Plätzen, auch bei Feiern und sie müssen der Polizei vertrauen. Es geht um das Vertrauen darin, dass die Polizei die Sicherheit gewährleistet, im Alltag und am Festtag und im Zweifelsfall auch für eine effektive Strafverfolgung dort. Daran darf es keinen Zweifel geben. Der Staat muss sein Gewaltmonopol durchsetzen können. Und ich möchte, und da bin ich ganz Durchschnittsbürger, Ihnen auch sagen, ich habe mir Gedanken, ich möchte, dass meine Kinder sich in diesem Land frei entfalten können und friedlich leben können. Und meine Kinder sind auch Kinder einer Migrantenfamilie. Mindestens meiner Tochter sieht man an, dass sie ein fremdländisches Aussehen hat. Und ich habe mich gefragt, was Sie von den Ereignissen in Köln denken. Auch vor dem Hintergrund, dass die Tätergruppe, von der berichtet wird, überwiegend aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum kommen soll oder so aussehen soll. Kann es sein, dass auch meine Kinder mit persischen Wurzeln einer Gruppe zugeschlagen werden, die pauschal als aggressiver, gewaltbereiter oder krimineller angesehen werden sollen, als die durchschnittlichen Deutschen ohne Migrationshintergrund. Ich habe auch an die vielen Familien in Nordrhein-Westfalen gedacht, die vielleicht vor ähnlichen Fragen stehen. Familien, die eigentlich hier schon eine Heimat gefunden haben und die sich angesichts der Ereignisse von Köln erneut fragen, ob sie tatsächlich dazugehören oder ob sie Menschen zweiter Klasse sind. Ich habe an die vielen Flüchtlinge gedacht, die zu uns gekommen sind, aus Situationen extremer, auch sexualisierter Gewalt. Menschen, die glaubten, hier endlich sicher zu sein und die nun wieder Angst haben, Angst vor Ausgrenzung, Angst vor Benachteiligen und, offenkundig auch, Angst vor gewalttätigen Tätergruppen, wie es in Köln geschehen ist, wo pakistanische Mitbürgerinnen und Mitbürger gejagt und verprügelt worden sind. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wofür sollen diese Geschehnisse in dieser Silvesternacht nun alles herhalten? Da bilden sich selbsterklärte Bürgerwehren und wollen die Polizei ersetzen. Ausgerechnet Rockerbanden sollen jetzt Frauen schützen, die selbst gewalttätig im Rotlichtmilieu Straftaten begangen worden sind. Das ist doch unappetitlich und abscheulich, was dort gesagt wird. Und ich kann nur alle von dieser Stelle aus warnen, die Taten von Köln nicht zu instrumentalisieren. Die Frauen, die in Köln zu Opfern geworden sind, dürfen jetzt nicht für eine Politik des Generalverdachts herhalten. Sie dürfen nicht als Verschiebemasse auf dem Bahnhof der Rechtspopulisten dienen. Auch in dieser Auseinandersetzung stehen wir alle als gewählte Volksvertreterin in der Pflicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber, und das will ich an dieser Stelle deutlich sagen, ich gucke nicht nur auf die Ränder. Ich gucke auch, was passiert denn hier im Landtag. Und ich hatte den Eindruck, es geht nicht mehr wirklich um die Sache. Heute geht es darum, den Innenminister zum Rücktritt zu treiben. Ihnen ging es nicht. Und ich habe, Herr Kollege Laschet und Herr Kollege Lindner, wenig von der Aufarbeitung der Vorfälle in Köln gehört. Das Ganze gipfelt doch darin, dass Sie die gesamte Landesregierung jetzt als Sicherheitsrisiko darstellen. Lieber Herr Kollege Laschet, ich habe gestern Abend noch mit meinem Kollegen in Berlin telefoniert. Und da habe ich sehr Erfreuliches gehört. Ich habe gehört, dass die allermeisten Rednerinnen und Redner, sowohl von CDU und SPD, nicht der Versuchung erlegen sind, die Vorkommnisse in Köln für populistischen, für populistisches, nicht der Versuchung erlegen sind, die Vorkommnisse in Köln für populistischen und billigen Populismus auszunutzen. Das liegt möglicherweise auch darin, dass unser Innenminister und auch die Herren Schürmann und Heinen im Bundestag dem Innenausschuss Rede und Antwort gestanden sind. Leider ganz anders als der Bundesinnenminister und auch die Vertreterin des Bundes hier im Innenausschuss des Landtages. Und in dieser Befragung zeichnet sich doch folgendes Bild von den Geschehnissen in der Nacht in Köln. Die Berichte der Bundespolizei decken in wesentlichen Teilen die Erkenntnisse der Landespolizei, zumindest soweit sie mir bekannt sind, ab. Die einzelnen Beamtinnen und Beamten haben trotz erheblichen persönlichen Einsatzes, das will ich ganz ausdrücklich sagen, hochachtungsvoll. Und vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die in Köln tätig gewesen sind. Und trotzdem waren diese Beamtinnen und Beamten offensichtlich überfordert. Sie waren nicht im ausreichenden Maße in der Lage, die Frauen zu schützen, die Strafverfolgung durchzuführen. Und auch bei der Feststellung der Deliktsarten decken sich die Erkenntnisse der Bundespolizei mit den Erkenntnissen der Landespolizei. Es gibt allerdings einen ganz wesentlichen Unterschied. Die Landespolizei hätte zusätzliche Kräfte anfordern können. Die Bundespolizei allerdings nicht. Es standen keinerlei zusätzliche Kräfte bei der Bundespolizei zur Verfügung. Leider ist es nicht geschehen, und das hat der Innenminister zu Recht ausdrücklich gerübt, dass diese zusätzlichen Kräfte in jener Nacht in Köln angefordert worden sind. Diese Kräfte hätten zur Verfügung gestanden und auch deswegen zur Verfügung gestanden, weil wir mit Weitsicht in der Koalition diese Polizeistärke bereitgestellt haben. Hier stellt sich doch die Frage, welcher politische Minister hätte denn in dieser Nacht eine persönliche Verantwortung für sich reklamieren müssen. Der Bundesinnenminister hat keine einzige Person zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die Bundespolizei ist im Moment offensichtlich nicht in der Lage, in besonderen Situationen mit Polizeistärke reagieren zu können. Und das ist ganz unmittelbares politische Verantwortung, die der Bundesinnenminister hat. In der Absprache mit der Landespolizei wäre es zudem möglich gewesen, nach meiner Einschätzung zu sagen, hört mal Leute, wir sind überfordert, fordert doch zusätzliche Kräfte an. Und auch hier ist zu fragen, warum dies nicht geschehen ist, warum die zusätzlich zur Verfügung stehenden Polizeikapazitäten nicht abgerufen worden sind. Nach dieser schlichten Betrachtung des Sachverhaltes, der sich für mich in dieser Nacht stellt, bricht das Sittengemälde zusammen, das Sie, Herr Laschet, vom Sicherheitsrisiko des Innenministers Jäger gezeichnet haben. Oder, das wäre die Alternative, Sie müssten diesem Sittengemälde hinzufügen, der Bundesinnenminister ist das wahre Sicherheitsrisiko dieser Republik. Das machen Sie natürlich nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was uns besonders dann auch geärgert hat, war der Umgang des Polizeipräsidiums Köln mit den Vorgängen, die im Nachhinein passiert sind. Man hat in der Silvesternacht die Lage falsch eingeschätzt, nur unzureichend kommuniziert, dadurch für Verunsicherung gesorgt und letztlich das Vertrauen in die Polizei und, das ist mehrfach gesagt worden, auch in den Rechtsstaat massiv geschädigt. Entsprechende Konsequenzen wurden gezogen und ich will es ganz klar sagen, wir als Koalition haben größtes Interesse an einer lückenlosen Aufklärung von dem, was in Köln passiert ist. Erstens, um die Strafverfolgung zu sichern und zweitens, um Erkenntnisse gewinnen zu können, wie derartige Vorgänge vermieden oder zumindest wirksam bekämpft werden können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber, und das will ich einigen, ich hoffe nicht in diesem Raum, allerdings höre ich da andere Interviews heute Morgen im Radio und muss sie auch heute in der Zeitung lesen, will ich Ihnen ausdrücklich sagen, einigen, geht es offensichtlich darum, ganz plumpe rechtspopulistische Politik auszubreiten. Sie suggerieren, dass es sich bei dem Phänomen in Köln um eine rein importierte, unmittelbare Folge der Zuwanderung von Flüchtlingen handelt. Da rate ich Ihnen nur, denken Sie einmal zu Ende, was das dann heißt, auch für Sie selbst in der Bundespolitik, die von der Union regiert wird. Hat wieder ein Mann dazwischen gerufen. Denken Sie das einmal vom Ende her, wie Herr Altkanzler Kohl formulierte. Vielleicht kommen Sie auf eine bessere Idee, wie man Populismus bekämpfen kann, ohne dass man das Original stärkt und sich selbst schwächt und damit dann die ganze Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen deutlich, wir machen konkrete Vorschläge, die Ministerpräsidentin hat einen ganzen Katalog heute vorgetragen. Wir setzen uns für schnelle Asylverfahren ein und das nicht erst seit 2016. Denn wir wollen, dass endlich alle, dass die Flüchtlinge endlich wissen, ob sie hierbleiben können und integriert werden können oder ob sie schnell eben auch zurückgeführt werden können. Und zur Wahrheit gehört auch, dass beispielsweise die Maghreb-Staaten Marokko und Algerien kein Rücknahmeabkommen mit der Bundesrepublik Deutschland haben. Es ist doch Augenwischerei, wenn der Bundesinnenminister suggeriert, man könne die Menschen schnell ablehnen, wenn er seine Hausaufgaben nicht erfüllt. Und ich kann Ihnen nur sagen, Sie suggerieren Handlungsfähigkeit, wo noch sehr viele Hausaufgaben zu erledigen sind. Und ich warne an dieser Stelle ausdrücklich davor, Versprechungen zu machen, die nicht eingehalten werden können und auch ausdrücklich vor Aktionismus. Die Enttäuschung der Menschen schadet mehr als vorübergehende Geländegewinne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen kämpfen seit Jahrzehnten gegen sexualisierte Gewalt dafür, dass Frauen über ihren eigenen Körper verfügen können, dass sie selbst und frei und selbstbestimmt leben können, frei auch von patriarchaler Gewalt. Und heute wären wir uns entschieden dagegen, Frauen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, für populistische Zwecke zu instrumentalisieren. Und weil uns der Kampf für Frauenrechte so wichtig ist, darum sind wir vorne mit dabei, wenn es darum geht, Konsequenzen aus den Vorgängen aus Köln zu ziehen. Wir wollen die richtigen und zielgerichteten und wirksamen Konsequenzen ziehen. Solche, die Frauen wirklich helfen und deren Freiheit und Sicherheit wirksam schützen. Deshalb schlagen wir vor, eine Veränderung des Sexualstrafrechts vorzunehmen, die es ermöglicht, gegen sexuelle Belästigung wirksamer vorzugehen als bisher. Und hier muss sich vor allem die Union bewegen, mit Blick auf die sogenannte Istanbul-Konvention, die bereits 2011 verabschiedet worden ist. Artikel 36 verlangt dort, dass jede nicht einverständliche, sexuell bestimmte Handlung unter Strafe zu stellen ist. Wir Grüne wollen, dass endlich mit dem Grundsatz ernst gemacht wird, Nein heißt Nein. Wer ein solches Nein nicht akzeptiert, ist ein Täter. Der muss die Härte des Rechtsstaates spüren und strenger Strafe entgegensehen. Und es muss auch möglich sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ein überraschender Griff beispielsweise an die Brust einer Frau nicht nur als Beleidigung wie heute bestraft wird und eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr möglich wird, sondern deutlich härter bestraft werden kann. Wir müssen auch über die Einführung des neuen Straftatbestandes eines sexuellen Angriffs nachdenken, der gegenüber der bisherigen uneinheitlichen Rechtsprechung klarer und restriktiver fasst, was überhaupt als sexueller Übergriff zu werten ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre wichtig, wenn diese Lehre aus Köln gezogen wird, dass das Problem sexualisierter Gewalt auch mit strengen und klaren Strafen bekämpft werden muss. Und auch hier ist die Bundesregierung in der Pflicht. Zum Schluss möchte ich einen versöhnlichen Appell an alle demokratischen Parteien hier im Landtag richten. Einen Appell, der etwas Gemeinsames in den Mittelpunkt stellt. Eine besondere Stärke unseres Landes. Dass Menschen in der Vergangenheit immer wieder bewiesen haben, dass sie Krisen bewältigen können. Den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die Integration von hunderttausenden Flüchtlingen aus dem Osten und auch den Strukturwandel. Wir waren die Gesellschaft, die immer wieder gefordert hat und wir haben es geschafft. Das sage ich auch denen, die jetzt Zweifel und vielleicht auch Angst haben. Wenn wir solidarisch bleiben, wenn wir Augenmaß und Vernunft bewahren, dann werden wir es auch an dieser Stelle schaffen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.